Oh, 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 meine Lieben. Willkommen zum neuen Video. Heute hätte eigentlich Freddy kommen sollen, aber ich habe mir gedacht, es ist doch Weihnachten. Spiel mir doch ein Weihnachtsspiel. Und damit euer Horror nicht verloren geht, habe ich auch ein Horror-Weihnachts-Game rausgesucht. Tattletail. Da geht es anscheinend um, ja, um Furby. Ich weiß nicht, ob ihr Furby noch kennt. Ich hatte einen Furby, als ich klein war, und das war eine ganz freudige Geschichte. Der war extrem creepy, der Typ. Also ein Horrorspiel mit dem Ding kann ich mir schon gut vorstellen. Five Days Before Christmas. Ja, das ist ein bisschen wie Freddy, oder? Five Nights at Freddy's. Open your Christmas-Present early. Okay. Ich bin auf jeden Fall ein kleines Kind. Ich weiß nichts über das Game. Gibt es auf Steam. Ich habe bei Steam einfach Christmas eingegeben und habe das erste Horrorspiel genommen, was ich gefunden habe. Soll anscheinend sehr kurz sein. Da spüren wir es ja sogar durch. Unterm Baum liegt es natürlich nicht. Es ist noch fünf Tage bis Weihnachten. Äh, oh, dann ist es bestimmt in diesem... Oh, das Geräusch. Das ist bestimmt unten im Keller. Ja, klar, Alter, weil der da runter geht. Welches fünfjähr... Watch the yellow icon on the top right. To see when you are making noise. Äh, welches fünfjährige Kind geht mitten in der Nacht in so einen Creepkeller, Alter? Und wer sitzt hier und macht was? Da ist nichts. Kein Fernseher, gar nichts. Ah, Geschenke. Open your present. Ah, ja, das ist ein Furby. Guckt euch das an. Guckt in dieses kleine, widerliche, creepy Gesicht, Alter. We love playtime with you. Boah. Ja, das ist ein Furby. Jetzt stellt euch das vor. Ja, ihr seid... Keine Ahnung, mit wie vielen Jahren ich den hatte. Ihr seid so 19 Jahre alt. Ihr schlaft. Und auf einmal in der Nacht... Du guckst in den Schrank. Dann guckt er dich mit diesen verstörenden Augen an. Und sagt, er hat Hunger. Kein Witz. Solche Spielsachen hatten wir. You really eat, scrap some food from the upstairs. Ja, ich geh ja schon. Alter, wie der Akku wird. Ja, ich geh doch schon. Wo ist der Kühlschrank? Give me a treat. Give me a treat. Give me a treat. Jetzt is, Alter. Use the brush in the living room to clean Tattletail. Okay. Boah, ist das räudig zu spielen. Tattletail, that's me. Rap Tattletail, back up. Achso, ich muss den jetzt wieder verpacken. Okay, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen wie Freddy, dass ich den halt bei Laune halten muss. Also wie bei Freddy, der sagt, ich muss Akku sparen und so. So muss ich ihn hier halt... Oh, schau, wie der guckt, Alter. Nein, jetzt ist das Licht aus. Alter, du siehst nichts. Du siehst... Boah, scheiße. Das Spiel ist krass. Was ist das? Ich will dog food, was? Tattletail collected. Achso, da kann man Eier sammeln. Okay. Werden wir bestimmt machen. Boah. Go to bed. Okay, ja, erste Nacht überstanden. Ist doch nice. Was ist das? Alter, ich brauche eine Taschenlampe. Oh Gott. Don't answer the phone. Okay. Scheiße, Alter, was... Da ist noch ein Ei. Boah, das Spiel ist krass. Was ist denn los? Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah, mich friert es richtig. Das ist ja bitter. Investigate the clunking noise. Oh nein. Hey, Alter, ich sehe nichts. Das ist doch die Waschmaschine, oder? Kommt das von unten? Bitte, ich will nicht runtergehen. Das kommt von unten. Oh nein, Alter. Oh nein, was ist das jetzt? Oh, da hinten. Ach, die Waschmaschine. Was ist denn das jetzt? Tattletail. Da kann ich den hinstellen, oder wie? Okay. Oh, die Batterie ist fast leer. Ich muss mal aufladen. Oh, scheiße. Ist das Spiel creepy, Alter. Das ist mich verarschend. Let's have some fun. Eine Waschmaschine. Ach Gott, jetzt muss ich Sachen kaputt machen im Haus, oder was? Die Tür ist zu. Hä? So, ich muss die im Basement finden. Da ist doch eine. Machst du doch kaputt. Nee, da stand vorher so eine grüne, die war irgendwie auffällig. Die muss ich bestimmt kaputt machen, oder? Me, Paddle, can we love you. Ich komm. Alter. Es ist komplett schwarz, das Bild. Also mit dem Licht haben sie es nicht so. Ja, da war doch eine Vase. Was geht's denn dahin? Oh, der Schock. Ja, die hab ich gemeint. Grab, Flashlight. Ja, geil. Shake, was? Alter, ich vergesse voll zu reden, weil ich so angespannt bin. Okay, was jetzt? Nein. Hä? Achso. Jetzt haben sie einfach so eine normale Haustür hingemacht. Rap-Tattle-Tale-Bag, okay. Ja, Gott sei Dank. Sorry, wenn sie Creatures make you Flashlight get out. Was? Was für Creatures, Alter? Ey, übertreib das Spiel mal nicht, bitte. Da ist ein Ei. Ja, dann sammle ich sie halt auch. Wenn es in einem Game was zu sammeln gibt, muss ich sammeln. Das ist... Okay, wir gehen ganz... Wir lassen das Licht aus und wir laufen nicht. Ist da jetzt wieder auf? Don't answer. Nein, ist mir egal. Ich geh ins Bett. Ich geh ins Bett. Scheiße, Digga. Ich hab mit sowas jetzt einfach nicht gerechnet. Läuft der Fernseher, oder? Was ist das für ein Geräusch? Investigate the Grinding mode. Oh, Gott. Ich geh kaputt, Alter. Oh, Gott. Ich rede zu wenig, aber ich... Bin so aufgeregt. Oh. Da liegen halt dann einfach alle Eier. Da. Der lockt sich da rein, weißt du. Wieso sammle ich die Dinger überhaupt? Das ist aber ein anderer. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Das sieht viel förbiger aus. Ach, das ist ein... Das ist ein Kassettenrekorder. Ich breche ab, Alter. Das ist... Wer lacht da so? Hört ihr das Lachen? Boah, ich komm nicht drauf klar, Alter. Es ist einfach zu räudig, das Game. Ich find... Ich find das grad schlimmer als Freddy. Aber es hat bisher keine Jumpscares. Das ist ja... Gut. Digga. Vorm Fernseher, oder? Ja, da sitzt er. Ja, hey, 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 hey. Ja, hey, 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 hey. Hi, hey, 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 hey. Me love you. Äh, was bringt Tedd O'Tel zu Mama? Zu meiner Mama oder zu dem Ding, was da unten saß? Ey, nach unten in den Keller zu dem Ding, oder? Ich gehe mal, weil ich keine Geräusche machen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das... Das ist doch eh alles automatisch getriggert, oder? Also, sprich, egal ob ich Geräusche mache oder nicht, glaube ich. Ist das deine Mutter? Sie ist weg! Wallah, mach nicht so, Bruder. Ja, ja, ist okay. Geh da rein. Halt die Backen, Alter. Clean up, Tattletail's mess. Wieso? Was hat der umgeräumt? Hä? Im Wohnzimmer oben, oder ist das? Man soll ja keine Geräusche machen, oder? Mama makes a grinding noise, wenn she's near here. Okay, also man kann die doch durch Geräusche triggern. Und jetzt? Hör sie. Ich trinke jetzt keinen Kaffee. Tamska kommt, habe ich ihn auf den Pulli. Alter, was... Was... Was war das jetzt? If Mama kills your flashlight, get away before it shake, geht er gern. Ah! Scheiße. Okay. Kommt das jetzt wieder so? Ja. Aber ich muss doch da hin. Ich muss doch dem seinen Scheiß aufräumen, hat's geheißen. Okay, ich muss erst mal weggehen vielleicht. Das schüttel ich so. Und jetzt? Vielleicht mag die kein Licht, oder so. Und dann ist alles cool. Sitzt doch da hinten, oder? Scheiße, Alter! Okay. Okay. Nein. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht hin. Aber was war das jetzt? Das ist nicht... Das ist nicht gut, das Spiel. Es ist gar nicht gut. Investigate the chattering coming from outside. Okay. Ach, ich muss jetzt rausgehen. Wow. Wow. Also wieso ist die Map so groß? Ha! Ach süß, die unterhalten sich. Dattletail, that's me. Let's play a game. Play hide and seek. No breathing. Hat der sich jetzt versteckt, oder was? Oh, schau, hat er wieder ein Ei hingelegt. Die dürfen wir nicht vergessen. Ist ganz wichtig, dass wir alle Eier sammeln. Wie viele haben wir denn? Ja, nicht mal die Hälfte. Vergiss es, Alter. Das tue ich mir nicht an. Ja, toll. Wo versteckt er sich jetzt? Da ist er. Ah, ja, you're hiding. Ich hab dich schon gefunden, mein, mein, mein Spätzl. You found me. Ja, war nicht mal schwer. Muss ich das nochmal? Ich muss, ich muss erst, ähm, mein Furby füttern. Warte kurz. Alter, was ist das für ein Psycho-Kind, dass der sich da überhaupt keine Gedanken drüber macht? No peeking. Okay, jetzt ist er wieder weg. Nein, die Mutter kommt. Nein. Ah! Boah. Nein! Okay, aber der Jumpscare ist nicht so krass, muss ich sagen. Also, das, äh, geht. Ja, ja, ich piek doch nicht. Ich mach mal Käsefleisch. Get away before shake it again. Okay, ich geh jetzt in Zukunft von den roten Augen weg, wenn ich die seh. Aber was hat denn die Mutter überhaupt für ein Problem mit mir? Der kann ja jetzt eigentlich nur hier, also der Keller war zu, der, muss ja hier draußen sein, oder? Scheiße. Mama is coming. Ah, ich flipp aus, Alter. Wohin? Ah, der Keller ist offen. Nein, das ist nicht gut. Oh, nein, der hat Hunger. Was ist Heiding upstairs? Ja, ich geh doch schon. Mann, Alter. So, friss jetzt. Jetzt muss ich ihn wieder bürsten. Ja, du Heiding, Mann. Ich such dich gleich, Alter. Schalte doch alle meinen Gang runter. In der Badewanne? Nein. In meinem Zimmer. Ja, da ist er. Oh, bitte sag, dass die Nacht jetzt rum ist. War okay, haben alle gelacht. Alles okay. Nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Nein. Oh, liegt unter dem Baum. Bye, bye. Was in the Bedroom hat er gesagt? Aber der ist immer oben, oder? Nein. Okay, ich muss ihn füttern. Die Batterien sind leer. Oh, mein Gott, ich geh kaputt. Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Ist der hier unten? Nein. Ja, brush, jetzt muss ich ihn auch noch durchstehen. Ey, Alter, du machst mich doch fertig, Digga. Ach, das war's, Mann. Ja, ich kann nichts tun, Alter. Hey, komm, Digga. Wie dem seine Batterien alles leer wird? Was sollst du denn machen? Ich schneide es nicht echt. Ich bin halt falsch gegangen, aber... Ich finde, Schlafzimmer auch nicht. Keine Ahnung, wo das ist. Okay. Mama ist coming. Nein, Mama kommt jetzt nicht. Ey, Alter, ich weiß nicht, wo das Bedroom ist, Alter. Ich... Keine Ahnung. Unten im Keller war er nicht. Hier ist er auch nicht. Aber mein Zimmer ist er nicht. He is hiding in the basement. He is hiding in the basement. Feind him. Ja, okay. Ach so. Ich muss anderthalb Minuten überleben und dann sagt er mir überhaupt erst, wo der ist. Ich bin ja so dumm. Okay, Batterien müssen wir auch schon wieder aufladen. He is hiding. He is hiding. Ach Gott, das ist ein Mülllater. He is hiding. He is hiding. Jaja, ich hab's doch verstanden, Digga. He is hiding. He is hiding. He is hiding. Oh, dass du da drei Sachen auffüllen musst. He is hiding. Wenn's nur die Batterie wär, okay. He is hiding. He is hiding. Damit könnte ich leben, aber... Okay, er sitzt da, wo er von Anfang an war. He 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 he. Hammers jetzt. You found me. Hey, ich found dich. Jetzt ist alles gut, oder? Grab the forest. Nein. Warum, Mann. Boah, kann ich den Ding vielleicht vorher aufräumen? Dann muss ich ja wieder in den Keller, Alter. Da hab ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich hab gesagt, ich geh da nicht hin. Achso, in meinem Schlafzimmer. Nimmt der dieses Furby-Monster jetzt mit in sein Schlafzimmer? Ist der völlig gestört, oder? Was? Ist das Werbefilm, oder was? Alter, was zur Hölle? Was? Das war's. Mama's coming. Hey, Sonny! Der arbeitet von walläten Tagger. Der arbeitet von glückten Tagger olehumuzkürz bliss. Alter, was? Ach, das ist nichts für meine Nerven. Christmas Eve, haben wir es dann durch? Bitte sag, dass wir es dann durch haben. Ringtattletail, das ist doch ein Plan. Das machen wir. Haben sie jetzt noch mehr? Okay, das Basement ist zu. Muss ich jetzt außen den Eingang benutzen? Das ist auch zu. Ach, das ist alles nicht... Noch einer. Der Gelbe wieder. Weshalb kriegt der eigentlich so viele geschenkt? Alter, halt die Backen! Ey, das Basement ist zu. Was soll ich jetzt machen? Es gibt draußen einen Außen-Eingang, aber da komme ich ja gar nicht hin. Ach, da ist offen jetzt. Oh, der Hund heute legt noch ein Ei. Aber ich sehe schon, wir kriegen nicht alle Eier. Ich hoffe, dass ich das verkraften kann. Okay, wo ist dann der... der Eingang? Hier. Ist auch zu! Okay. Boah, hätte einer von euch jetzt so ein räudiges Game erwartet? Ja klar, feiern wir eine Party hier. Find a friend by the Christmas tree. Den hatte ich doch schon! Den hatte ich doch schon. Wieso hat er den nicht gleich mitgenommen? Der hat doch zwei Arme dabei. Okay, aber, äh, ja. Ne, hätte ich die Taschenlampe nicht halten können. Die Musik und alles, das ist, das, das ist, das haut rein. Ich habe zwei so Idioten dabei. Jetzt muss ich den noch die Aare börsten. Ah! Nein! Wieso muss ich das denn jetzt komplett alles noch mal machen? Alter, ich hebe den hoch und instant geht mein Licht aus. Ich kann halt echt nichts dagegen machen. Okay, wir müssen den jetzt auch runterpacken. Nein, da ist er schon wieder, Alter. Ach, Mann, ey! Boah, Alter, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße noch mal zu machen. Das nervt, wirklich. Du kannst halt nichts machen dagegen. Nichts. Halt deinen Maul jetzt, Alter. Die kommt so random. Mama. Ich weiß nicht, Alter. Er könnte halt wenigstens, wenn ich den runtergetragen habe, zwischenspeichern. Er ist doch affig, oder? Ist nicht mal meine Taschenlampe ausgegangen. So, ich habe jetzt eine Pause gemacht. Beruhig habe ich mich. Ja, ich bin wach. Ja, ja. Ich habe mal eine Party für deine Mama. Okay, jetzt ist sie anscheinend weg. Jetzt nehme ich ihn. Ich muss ihm die Haare rüsten. Hat sie mein Licht wieder ausgemacht, oder? Alter, halt's Maul, Mann. Ist doch alles voll. Sei ruhig. Okay, so weit war ich noch nie. Jetzt machen wir mich nicht schwach, Alter. Wir sind fast da. Okay. Find a friend in the garage. Nein, noch einer. Jetzt, Alter, hör doch auf. Das speichert doch wieder nicht. Wenn ich hops gehe, kann ich den Mist wieder machen. Ja, genau. Ah, ich höre sie schon wieder. Okay, jetzt warten wir erst mal, bis die Mucke aus ist. Sie ist da. Nein, der hat Hunger. Nein, der hat Hunger. Ich höre sie schon wieder. Aber das ist doch nicht auszuhalten. Ich höre sie schon wieder mal, ich höre sie so. Ich höre sie so. Ich höre sie so. Ich höre sie so. Es ist so dumm und random, Alter. In allen anderen Leveln hat er zwischengespeichert. Hier, mach das einfach nicht. Du musst es immer und immer wieder machen. Es ist so dumm. So, jetzt stehen wir einfach da und warten. Ich höre unsere Kamera. Ich gucke sie nicht an. Ich leuchte sie nicht an. Du wirst erwischt. So, den muss ich jetzt erst füttern. So, füttern geht noch klar. Füttern. Geh mal runter. So weit war ich noch nicht. So weit war ich noch nicht. Aber wenn das Level nach der Kacke jetzt nicht vorbei ist und ich gehe wieder hops, dann können sie mir echt einen Schuh buchten. Also, sorry. Pick up Tattletail, okay. Find the cupcakes upstairs. Ich weiß auch nicht, warum das Level zehnmal so lang sein muss, wie alle anderen Level das sind. Und dann nicht speichern. Nachdem er alle anderen Level gespeichert hat. Nee, tschüss. Sorry. Leute, tut mir leid. Den Krampf kann ich mir jetzt nicht mehr antun. Ah, jetzt hat er gespeichert. Okay, ja gut, dann machen wir weiter. Wenn er speichert, können wir weitermachen. Da, da bin ich dabei. Hier sind die Cupcakes. Okay, schaut gut aus, schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, okay. Okay, wow. Find some festivals. Das hört nicht auf. Dieses Level hört nicht auf. Sag mir wenigstens, dass ich es danach durch habe, heute. Jetzt hat er Hunger. Jetzt musst du erstmal rausfinden, wer die Lichter sind. Ja, die sind halt wieder oben. Bitte, ich muss eh hoch, um den kleinen Aufschwunsch zu bekommen. Ich geh doch schon. Ja, mein Gott, bürsteln muss ich auch noch. Ja, ich brushe dich schon. Er ist anders nervig. Er ist anders nervig. Wo denn? Batterie mehr. Wir haben die Zeit mit dir. Es ist nicht mehr gruselig. Es ist einfach nur noch nervig. Deine Batterie ist leer. Geh halt einfach aus und laber mich nicht zu, Alter. Take the candles from the kitchen counter. Diese Mission hört nicht auf. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt haben wir wieder Hunger. Leute, sagt mir jetzt bitte, dass es reicht. Das kann nicht euer Ernst sein, wie lange dieses Level dauert. Was geht denn mit euch? Hey, übelst die Satanisten. Scheiße. Ich muss die natürlich alle einzeln anzünden. Hauptsache wir ziehen diese Spiele irgendwie in die Länge, ne? Rewind the F.S. Ich finde es aber faszinierend, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, ein Horror-Game aus Furbys zu machen. Mama stole the candles. Find them. Oh mein Gott. Muss ich dann wieder hoch, oder? Das ist so. Also die Kerzen müssen im Keller sein. So Mama stole the candles. So Mama stole the candles. Ach, ach! Sooo! Ah, ist er hier. Hat sie sie in so ne Vase rein, das kann ja sein, oder? Ah! Toll, das war eine, oder? Bleibt da halt, ne? Ja, schau, die bleibt da jetzt einfach völlig random stehen, wo du kannst. Jetzt steht sie links. Ich kann jetzt hier nicht mehr raus gehen, oder? Natürlich keine. No more Mama! No more Mama! Wie viele brauche ich denn? No more Mama! No more Mama! No more Mama! No more Mama! Kann ich die schon platzieren? Ich wüsste ja gerne, wie viele ich brauche. No more Mama! No more Mama! No more Mama! No more Mama! Man, dann ist halt in der Hälfte gar keine drin. No more Mama! Hoch kann man nicht, gell? No more Mama! Kann ich nicht kaputt machen. No more Mama! No more Mama! Yeah! So, komm! Jess, sag' ich gar keine drinne, oder? No more Mama! No more Mama! We ... ... ... ... Das ist so random, es ist so random, oh god Vier Stück Doch einfach ein Blitz, eine so eine blöde Kerze jetzt, mach mich nicht schwach, Alter Fünf Geh weg jetzt bitte, geh halt jetzt weg Geh weg Geh weg Geh weg Alter. 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 Alter, Alter. Was zur Hölle? Destroy the tape. Warst du es jetzt? Go to bed. Das ist doch ein guter Plan. Klingelt das Telefon jetzt wieder. Soll ich mal hingehen? Geh einfach ins Bett. Ich sehe mich sterben, alles nochmal machen müssen. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben es jetzt durch. Ich, 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 ich mache kein Level mehr. Da, warum muss ich denn da eine halbe Stunde drauf bleiben? Oh, nein, er ist nicht drin. Ah, ich bin so erschrocken. Oh mein Gott, Ben Esposito und Genava. Verpiesst euch. Ja, war es jetzt schlecht. Habt ihr zu entscheiden, Freunde. War ein Weihnachtshorrorspiel. Ja, habt ihr, ich habe es gut gemeint. Ich habe es gut gemeint. Und es hat auch gut angefangen. Also am Anfang fand ich echt nicht schlecht, aber dass das am Ende so random wurde. Ich mag keine Horrorspiele, die random sind. Das muss immer alles Sinn und Verstand haben. Man muss immer die Chance haben, es zu schaffen. Man muss halt dann gut sein oder so. Dann bin ich da dabei, aber wenn das so, keine Ahnung, Error and Try, mach halt 17 Mal. Irgendwann geht schon, das nervt mich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und einen Kommentar. Ich wünsche euch allen Wunder, Wunder, Wunder schöne Weihnachten. Eine schöne Zeit mit eurer Familie. Viel Gesundheit, viele Geschenke. Und ich hoffe, dass das Jahr 2021 besser wird, meine Freunde. In diesem Sinne, falls ihr mich 2021 auch noch begleiten wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für den Mega-Support und wir sehen uns das nächste Mal. 음, als wir uns Venden machen. Bis zum nächsten Mal. .